Herzlich Willkommen bei MiniParadise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und herzlich Willkommen zur ersten Folge von Die beiden Jungs fangen mit 40k an, wir haben der ganzen Sache noch gar keinen Namen gegeben, aber auf jeden Fall in der neuen Einsteiger-Serie. Wir lenden es Lernen durch Schmerz. Ich habe doch gesagt, ich fange langsam an. Mit Butter. Wer sagt denn, dass ich den Schmerz empfinde? Hüftig macht, so eine Palme im Arsch tut richtig weh. Nein, das würde ich die Palme niemals antun. Danke. Hallo liebe Freunde. Das schneide ich nicht raus, ne? Nicht? Das war lustig? Weiß ich nicht. Ich fand es lustig. Ich fand es auch gut. Also, wie bereits gesagt fangen wir langsam an mit einem 1000-Punkte-Spiel heute. Fixe Armee vom lieben Jens sind natürlich immer noch die Tyraninen. Korrekt. Und ich fange mal ganz locker an mit den guten Grey Knights. Grüße an Nino. Und ja, die kriegen wir heute wahrscheinlich wieder auf den Sack. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, was ich mit Fieses ausdenken kann. Was spielen wir heute? Wir werden heute spielen 1000 Punkte. Mission haben wir jetzt noch gar nicht geguckt. Missionsziele werden wir auf jeden Fall nach Ars Bellica nehmen. Und ich glaube, wir spielen einfach mal Ars Bellica jetzt. Dann prüfen wir das. Es sind 2000 Punkte. Und ja. Aber egal. Wir spielen Ars Bellica. Dazu machen wir auch nochmal ein Video, um euch ein bisschen Ars Bellica mitzunehmen. Es ist nämlich ein wunderbares, kompetitives Spielsystem. Und ja. Ars Bellica. 1000 Punkte. Grey Knights Tyraniden. Wir bauen auf, oder? Wir zeigen euch die Armee. Dann fangen wir damit an. Dann geht's los. Wir wünschen euch viel Spaß und bis gleich. Ja, ich fange an mit meiner 1000-Punkte-Armee, die noch ein bisschen Unterstützung hat von Roberts Tyraniden. Wie ihr sehen könnt, 20 Jeans-Dealer, 13 Thermaganten mit Devoran und einmal oder dreimal die Ripper Swarms. Ich habe die Hiveguard hinten noch für ein bisschen Beschuss. Und ähm, den Trigon Prime mit Adrenalitdrüsen hinten, der soll dann irgendwann mal noch dazukommen. Ein bisschen später ins Spiel dazustoßen. Und äh, als HQs habe ich zweimal die Neurotropen und einmal den Broadlord, der auch mein, äh... Broadlord ist? Korrekt. Genau. Ähm, ein Zielkräft, Zielkräften habe ich mir ausgesucht, eine Neurotrope für den Katalyst. Ich hoffe ihr könnt das jetzt in der Karte, ich lege die Karte mal hin, ich hoffe ihr könnt ihr auf der Kamera sehen. Ähm, der Broadlord kann das Grauen noch und die zweite kann dann den mentalen Schrei. Psychic Scream. Ja. Und dann wollen wir auch ein bisschen in der Psy-Phase spielen. Ja, das ist ein Battalion Detachment, gibt dir natürlich 5 Command Points plus die 3 regulären, bist du bei 8. Ähm, hast du Warlord Trade und Relikt noch irgendwie oder wollen wir das gleich auf dem Board machen? Das können wir gerne gleich auf dem Board machen, ich kann die leider noch nicht auswendig. Ne, das macht ja auch nichts. Also dann machen wir das einfach gleich auf dem Board nochmal. Also, äh, ja, das ist halt so, ist ja auch nicht schlimm. Wobei, wir können es auch gleich mitmachen, ähm, ich habe es gerade nochmal rausgesucht. Der Warlord kann One Step Ahead und als Delikt habe ich die Krone mit, damit die Synapse, äh, ein bisschen weitere Reichweite hat, wobei die Synapse, äh, oder die Krone trägt eine der Neurotopen. Super, Jens. 1000 Punkte Tyrannien und dann gucken wir uns mal die fast 1000 Punkte Grey Knights an. Exakt 1000 Punkte Grey Knights in einem Battalion Detachment. Wir haben hier hinten einen Grandmaster in Nemesis Dreadknight, der hat die Dreadfist und die Heavy Psy Cannon, ansonsten, also er hat keinen Hammer hier, leider, da haben die Punkte nicht mehr für gereicht. Dann haben wir Grandmaster Voldos, der auch nicht, äh, doch, der ist mein Kriegsherr, der hat eben das, was er dabei hat, als Psy-Kräfte hat er Gate of Infinity, Astral Aim, Vortex of Doom und Purge Soul und dann hat er die Kriegsherrenfähigkeit, ähm, ne, Meistergelehrter, das heißt er darf noch eine zusätzliche Psy-Kraft haben, dann ist er bei 4, ist nicht so schlecht, würde ich sagen. Dann haben wir einen Ray Knights, äh, Chaplain, der hat als Psy-Kraft Hammerhand, dann haben wir zwei Strikespots, alle mit den, ähm, also mit diesen Doppelschwertern, Psy-Kraft ist auch Hammerhand hier bei denen und dann haben wir noch einen Terminator-Squad, die sind auch komplett Whizy-Wick, das heißt wir haben hier einen Hammer, wir haben hier diese komischen Stab da, wir haben hier eine helle Bade, wir haben hier noch eine helle Bade mit einem Sea Lancer und dann haben wir den Chef da mit Schwertchen ausgestattet, ansonsten können die natürlich auch Hammerhand, was heißt natürlich, aber die können das, und dann haben wir noch einen Razorback, das ist ausgestattet mit einem Twin Heavy Bolter und als Relikt habe ich natürlich auch noch was, das kriegt der hier, und zwar ist das der Kürass der Märtyrer, das heißt er hat einen 5er-Fail-No-Pain, nicht so schlecht, gucken wir mal. Ja, genau 1000 Punkte Grey Knights und dann kommen wir zur Aufstellung und zum Board, viel Spaß. Herzlich Willkommen auf dem Board und da wir natürlich 1000 Punkte spielen, haben wir das Spielfeld so ein bisschen verkleinert und wie wir hier sehen, haben wir bei Ars Bellica ja eigentlich auch eine vorgeschriebene Aufstellung oder Platzierung der Marker, das haben wir jetzt wie folgt so ein bisschen angepasst, wir haben hier an den Seiten, also in der Mitte haben wir nichts gemacht, aber an den Seiten die Zollanzahl haben wir so ein bisschen angepasst und wir werden jetzt auch nicht mit den Missionszielen von Ars Bellica direkt spielen, weil wir jetzt in den 1000 Punkte Spiel das für den Anfang noch so ein bisschen einfach halten wollen, das heißt wir haben jetzt die Missionsziele hier platziert, wir bekommen, also jeder von uns bekommt am Ende seines Spielzuges für jeden gehaltenen Missionszielmarker einen Punkt und dann werden wir ja am Ende des Spieles noch die Abschüsse zählen, das heißt pro 100 Punkte, die man abgeschossen hat, bekommt man dann auch nochmal einen Siegpunkt oder halt vernichtet hat, wie auch immer, bekommt man auch nochmal einen Siegpunkt. Das macht es für den Anfang, für Jens einfach einfach und ja, wir schauen einfach mal, dass wir da wirklich den Fokus auf das Spiel an sich, auf die Einheiten legen und ja, dann wird das. Die Abgrenzung haben wir hier äußerst rechts im Bild mit diesen Mauern und Containern und ja, dann werden wir jetzt aufstellen, beziehungsweise die Seitenwahl oder die Aufstellungszone werden wir jetzt heute nicht erwürfeln, wir werden jetzt ganz normal über die langen Kanten erstmal spielen, um auch das einfach zu halten und ja, dann würfeln wir das gleich aus, wer wo steht und dann kommen wir zu der Aufstellung und dem Roller. Herzlich willkommen auf dem Board und wir haben auch die Aufstellung schon mal gemacht, wie man sieht, habe ich hier vorne aufgestellt oder mir die Seite hier vorne ausgesucht und zur Aufstellung haben wir hier einen Razorback mit dem Strike Squad drin, also symbolisch steht dann einer da oben drauf. Hier rechts in der Ruine haben wir unseren Chaplain mit einem Strike Squad und dem Kriegsherrn Grandmaster oder Voldos. Ja, in Reserve habe ich meinen Nemesis Red Knight und der Trupp Thermis. Reserve der Tyraniden haben wir hier, haben wir eine Trigon Prime mit den Ganten und hinten den Ripper Swarms und Jens, jetzt komme ich mal hier rüber. Komm zu mir. Komm dann erzähl du einfach mal hier. Was ist denn das hier? Also wir haben die eine Neurotrope hier mit dem Catalyst, wir haben die 20 Genestealer hier zentral mit dem Broadlord dazwischen, die Hiveguard mit ihren schweren Kanonen und hier oben mit der Krone die zweite Neurotrope, die da oben schön rumfliegt. Warlord war eher hier, ne? Warlord war eher hier. Ja, okay. Das ist interessant mit der Hiveguard, dass du die jetzt so relativ weit nach vorne gestellt hast, weil die ja keine Sichtlinie braucht beim Schießen. Aber gut, du hast natürlich das jetzt der Gefahr angepasst aufgestellt, weil die Reine, es sieht halt sehr leer aus hier, ne? Also hier sieht es ziemlich voll aus, ne? Ja, das ist schon, also modelltechnisch auf jeden Fall ein Ungleichgewicht. Ja, ich war, wen wundert es, zuerst fertig mit der Aufstellung bei den Grand Knights. Entsprechend kriege ich Club 1 beim Roll-Off. Und dann dürfen wir das mal aus. Also ich hatte sowieso ne 3, jetzt wird es immer 4. Und dann darfst du natürlich noch versuchen, die Initiative zu stehlen. Was klappt auf die 6 eigentlich? Korrekt. Schade. So darfst du. Ja, so viel wird jetzt nicht passieren. Aber, okay, wir kommen in die erste Runde der Grey Knights. Die Bewegungsphase der Grey Knights ist vorbei und hier ist alles stehen geblieben, wie wir sehen. Beim Razorback sind erst die Jungs hier ausgestiegen, halten jetzt das Missionsziel und dann ist er seine 12 Zoll, also nicht ganz nach vorne gefahren, hat sich nochmal ein bisschen gedreht. Ja, hält jetzt auch das Missionsziel. Und dann kommen wir gleich in die Psy-Phase. Da musst du übrigens dann denken, wenn ich dann in deiner Reichweite bin. 18 Zoll. Schatten im Warp. Schatten im Warp. Das nervt mich auch ein bisschen. Ich freu mich drauf. Egal. Wir fangen an mit dem Chaplain. Der macht als allererstes Hammerhand auf den Strike Squad. Wir brauchen eine 6. Das kriegen wir natürlich nicht durch. Mit einer 4. Wollen wir das re-rollen? Jo, das machen wir. Das ist eine 5. Kriegt der Plus 1 zufällig? Das ist jetzt die Frage. Weil ich die Grey Knights so gut kenne. Nö, da steht nichts. Ich gucke gleich nochmal im Codex, aber vielleicht irre ich mich. Aber ich glaube nicht. Okay. Dann kommen wir weiter zu Voldos. Der macht das Gate of Infinity. Auch auf den Strike Squad. Braucht eine 6. Aber Voldos kriegt bestimmt irgendetwas. Und da gucke ich jetzt auch nochmal schnell in die Regeln. Weil der kriegt, das ist der Ober-Champion hier. Ja, hat sich erledigt. Da geht leider nichts mehr mit der 3 bei Voldos. Das heißt, der Strike Squad bleibt jetzt da stehen, wo er ist. Also der Plan war, die Jungs jetzt mit Gate of Infinity da rüber zu teleportieren. 9 Zoll von Jens seinen Hive Guard weg. Dann hätte man da nämlich noch smiten können. Und ich hätte das Missionsdecker gehalten. Das war nichts. Das war ein Satz mit X. Ne, das war wohl nichts. Okay. Schussphase. Das ist das einzige Modell, was hier schießen kann. Und das wird sein Heavy Volter jetzt darüber schießen. Auf die Jeansstealer. 6 Schuss. Auf die 4, weil wir uns bewegt haben. Wir dürfen keine Einsen wiederholen. Stärke 5. Auf Widerstand 4. Also vermuten wir auf die 3. Oh, das sind aber 3 Stück. Jens? Ich habe einen 5er Retter. Genau. Und ja, Minus 1 ist dir egal. Immer auf die 5. Und halte ein, sterben 2. Krass. Du hast es ja angesagt, ne? Habe ich übrigens gecallt. Ich wollte es doch sagen. Er hat gesagt, dass sterben 2 und gut ist. Das hat er recht gehabt. Ja, dann sind zwei Jeansdealer weg. War eine starke erste Runde. Moralwert fällt immer flach bei den Tyraninen, solange sie in Synapse sind. Und da haben wir ja einige Kreaturen, die da Synapse machen. Zum ersten der Neurotroph natürlich, der Bloodlord. Und da hinten der noch. Ja, ansonsten habe ich hier glaube ich nichts in Reichweite. Ich könnte hier nochmal messen für die hier. Aber die sehen auch nichts alles. Also ne, das wird auch nichts. Brauchen wir nicht messen. In der Diagonale mit 24 Zoll. Ja, dann war es das schon mit der ersten Runde der Grey Knights. Und wir kommen in den ersten Zug der Tyraniden. Die Bewegungsphase der Tyraniden ist vorbei. Und zwar, Jens erzählt euch mal, was er jetzt gemacht hat. Genau. Also meine Jeansdealer sind Advanced. Und ich habe noch für einen Command Point den Vormarsch ausgelegt. Im opportunistischen. Das heißt, ich durfte die Augenzahl, die ich geworfen habe, verdoppeln. Wobei, wichtig noch zu erwähnen, ich spiele in High Fleet Kraken. Das heißt, ich darf nicht nur einen Würfel, sondern drei Würfel werfen. Ich habe dann eine 5 dabei. Das war eine 10. Plus dem normalen Movement war ich bei 18 Zoll. Die sind entsprechend vorgelaufen. Also für alle Neueinsteiger ganz kurz. Wenn man Advanced, dann nimmt man ja einen B6. Den würfelt man. Und dann darf man die Zollzahl, die man dann sowieso hat. Plus die entsprechende Augenzahl des Würfels laufen. Bei Kraken ist es so, da würfelt man drei Würfel und sucht sich einfach den höchsten aus, nimmt den. Und das hat er einfach mit dem opportunistischen Vormarsch verdoppelt. Das heißt, aus dem 5 Zoll werden 10 Zoll. Plus dieser 8 Zoll Movement von den Jeansdealer ohnehin schon ist brutal. Und das Allerschönste ist, sie dürfen jetzt auch gleich noch chargen. Und das ist die Besonderheit, ja. Und hinten dran ist der Broadlord eben auch vorgelaufen, Advanced. Der hatte allerdings nur eine 3 und ist deswegen ein bisschen hinten dran. Ansonsten hat sich hier mein HQ nochmal runter bewegt, damit ich diesen Punkt auch gleich noch halte, um den Siegpunkt zu schnappen. Die Eifgad ist natürlich stehen geblieben. Ja, klar. Und die neue Truppe ist sich noch ein bisschen vorgewegt. Ist leider immer noch nicht in Smite-Range für den Schinkenpanzer. Fehlt noch so ein halbes Zeug. Ja, das war die Bewegungsphase der Tyrannien. Und natürlich auch noch erwähnen sollten wir, dass ich hier am Ende meiner Bewegungsphase oder am Ende meines Zuges drei Missionsziel gehalten habe. Also, was ich jetzt theoretisch schon nicht mehr tue, aber vorhin getan habe, entsprechend hatte ich da drei Siegpunkte. Und dann kommen wir in die Psy-Phase der Tyranniden. So, wir starten mit dem Catalyst auf meine Genestealer. Funktioniert auf die 6. Einsen darf die NeuroDrop wiederholen. Ist ganz glücklich für mich. Ich kann mich eben drüber unterhalten, ja. Und es reicht trotzdem nicht. Jetzt überlege ich ganz kurz, ob ich die 4 dürfte ich auch nochmal für einen CP wiederholen. Die 4? Also die 1 auf keinen Fall. Rerolls. Ja, darf ich nicht rerollen. Also die 4 könntest, aber das ist natürlich... Das schenken wir uns, das lassen wir weg. Den CP behalte ich mir lieber. Also hat der Cuttle es leider nicht geklappt. Hätte jetzt natürlich so ein 5er Feel-No-Pain gemacht, ne? Wäre ganz schick gewesen. Ja. Von daher versuchen wir weiter mit der Psy-Phase. Und zwar mein Broodlord versucht zu smiten. Ja. Auf den... Auf die 5. Wälder weg. W3. W3. Hast du irgendwas, was... Was? Wann ist nichts in Reichweite? Ne, also... Verhindern. Ich weiß nicht, ob wir können nicht immer gucken. Also das geht einfach durch. Da... Die sehen sowieso nichts und sind außerhalb der Reichweite jetzt hier. Und dann... Ja. Schaden. Einer. Okay, dann ist er runter auf 9. Hat sich ja gelohnt. Genau. Und dann kommen wir zum Schießen. Meine wunderbare Hive Guard. Mhm. Hat 36 Zoll Reichweite und möchte dann gerne nach hier hinten schießen. Ja. Besonderheit ist natürlich jetzt bei den Hive Guard für alle Leute. Die brauchen keine Sichtlinie, wie wir das vorhin schon mal gesagt haben. Genau. Entsprechend können die einfach munter darauf los schießen. Und dann hat jeder 2 Schuss. Das heißt 6 Schuss auf die 3. Wahrscheinlich. Naja, ich warte gerade mal gucken. Mhm. Mhm. Ja, das wären 3. Was hast du für eine Stärke? Ja. Wir haben eine Stärke von 4. Nee. Die von 8 hat die Waffe. Genau. Und dann verwundest du mir jetzt auf die 2. Weil meine Grey Knights nur wieder schon 4 haben. Das sind 3 Stück. Ja. Und minus 2. Mhm. Das ist cool. Dann haben wir einen 5er. Ja. Also jede nicht gewürfelte 5 ist ein Toter. Ja. Dann gehen schon mal 2. Kann die jeder einen leben? Ja, ja. Okay. Das sind Grey Knights. Ich kenne meine Armee doch nicht. Woher soll ich deine kennen? Ja, da sind wir jetzt dran. In der Elite Armee. Hast du noch was zum Ballern? Nein. Mit Ballern bin ich an der Stelle schon durch. Mhm. Und dann würde ich gerne chargen. Du lass mich raten, willst du mit den Jeans-Dealern in den Reservac rein? Korrekt. Äh, nein. Pfff. Guck dir das an hier. Das wäre eine 6 gewesen. Aber nein. Okay. Abwehrfeuer. Uff. Okay. Dann auf die 3. Verbunden. Jo. Dann 2 Stück mit minus 1. Aber das ist egal. Das ignoriere ich ja. Auf die 5. Nicht schlecht. Dann gehen 2. Im Abwehrfeuer. Alter. Geil. Da sind schon 4 weniger. Besonderheit ist jetzt bei den Typen. Das haben wir eben kurz besprochen. So als, ich sag mal. Ich meine, Jens ist natürlich ein absoluter AOS-Profi. Aber auch hier gilt es natürlich einige Sachen zu beachten. Ich habe das Reservac jetzt auch so hingestellt, dass ich theoretisch, wenn er mich jetzt chargt. Den Charge wird er ja schaffen mit dem 1 Zoll da. Oder mit dem 2 Zoll. Wir können es natürlich ausprobieren. Ja. Aber. Ich erkläre das kurz. Dann könnte er mich jetzt hier einkesseln. Und dann würde ich hier nicht rauskommen. Hätte ich das Ding natürlich jetzt so hier gestellt. Könnte ich, wenn er kein Modell hier vorne anbringen kann, immer noch rausfahren. Aber so gilt es jetzt natürlich im Charge das Modell so einzukreisen, dass ich nicht rauskomme. Ungeachtet dessen darf ich natürlich sowieso nicht mehr schießen, wenn ich rausfahre mit dem Teil. Weil es, wenn er mich im Nahkampf gebunden hat. Ja. Bisschen doof. Aber ist so. Dann guck mal wie weit du kommst. Tja, das sollte knapp reichen. Und dann stellen wir die Modelle mal hier hin und dann wird munter zugehauen. Bei den Genestealern ist noch zu sagen, da ist so diese magische Zahl 10 Modelle. Weil wenn sie mehr als 10 Modelle in der Einheit haben, die Jungs, dann kriegen die eine Attacke dazu. Sorgt dafür, dass diese kleinen Standard-Truppen hier 4 Attacken bekommen. Und wichtig ist jetzt auch noch, da hinten der Broodlord gibt plus 1 auf den Trefferwurf. Also würde ich 6 Zoll dranbleiben. Genau. Das heißt, die Typen treffen halt einfach auf die 2. Und das wird halt ziemlich übel. Einzige Besonderheit, wie Jens das jetzt gerade schon gesagt hat, ist, dass er einfach ein Modell innerhalb von 6 Zoll um den Broodlord haben muss. Also die Einheit muss nicht vollständig in 6 Zoll um den Broodlord sein, sondern man kann sich dann einfach so eine Linie bauen im Prinzip zum Broodlord, sodass man die 6 Zoll einhält und dann ist gut. Und dann treffen sie auf die 2. Das tut weh. Gucken wir mal. Da ist das Ergebnis. Und er hat auch schon gepeilt. Das heißt, er hat den Charge gemacht und dann darf man ja nochmal 3 Zoll peilen. Ja, jetzt gibt es hier gar keine Diskussion. Also ich werde hier auch niemals rauskommen, selbst wenn ich das jetzt überlebe. Das Fahrzeug bleibt auf jeden Fall da stehen. Ja, jetzt haben wir nämlich hier dieses Konstrukt, sehen wir. Jetzt darf jedes Modell, was innerhalb von 1 Zoll um das Zielmodell ist, zuschlagen. Das heißt, die dürfen jetzt 15 Jeans die da zuhauen und der eine ist nur da hinten außen vor, weil er die 6 Zoll zum Broodlord wahren muss, dass die Typen auf die 2 treffen. Und dann haben wir jetzt, fangen wir mit 8 Jeans-Dealern an. Das sind eine Menge Würfel, ich weiß gar nicht wo wir kommen, das können wir hier würfeln. Das sind 4 Attacken pro Jeans-Dealer. Genau. Kriegen durch den Broodlord eben nochmal plus 1, treffen dann auf die 2. Ja. Gucken wir mal hier. Ich sehe aber eine Menge Einsen. Verwunden tust du jetzt mit Stärke 4 auf Tab mit 7 auf die 5. Und jede 6? Minus 4. Ja. Das heißt, da gibt es dann nichts mehr für mich. So, das heißt, du hast schon mal 1, 2, 3 Sechsen. Diese gehen automatisch durch, weil ich nur einen 3er-Safe habe. Und 3 Fünfen. 3 Fünfen. Ja, dann haben wir hier 3 mal den 4er. Davon geht auch keine durch. Dann sind wir schon mal bei 6. Das heißt, das gute Stück hat noch 3. Ja. Und dann kommen nochmal 7 hinterher. Das heißt, ich nehme einfach mal 4 Würfel raus. Mhm. Hast du die Einsen vorhin schon raus gemacht? Weil du hattest ein paar Einsen-Würfel. Ja, ich hatte 5 Einsen. Hier liegen sie. Okay. Ja, dann haben sie nochmal. Aber dann musst du ja... Die wieder reinnehmen, die 5. Ah ne, es sind ja 7. Es sind ja 7. Das heißt, die wieder dazu und einfach 4 raus. Genau. Und dann sind wir auf der richtigen Anzahl. So, und dann wieder auf die 2. Das ist nicht schön. So groß und so viele. So viele passen schon an die kleinen Hände. Oh, auch da sind eine Menge Einsen. Oh, da sind wirklich viele. Das sind richtig viele Einsen. Genau, wieder auf die 5. Türmchen. Ja, mit Türmchen. Das werfen wir noch an. Äh... Es sind schon 3 Sechsen. Er hat nur noch 3 Leben. Das war's. Das war's schon. Ja. So, jetzt brauchen wir eine 6. Nehme ich mal einen Re-Roll. Ja. Nein. Wir haben nur noch 6 Command Points. Und nehmen das Auto dann mal hier weg. Das heißt, das war's auch mit Zurückrauen. Und ich darf mich noch 3 Zoll wieder... Genau. Und du darfst jetzt 3 Zoll konsolidieren. Zur nächsten Einheit. Nicht schön. Ja, dann hier. Super. Ja. Während Jens das jetzt macht, zählen wir dann gleich mal die Siegespunkte. Er hat jetzt einen gehalten hier. Hält da hinten den zweiten. Und... Haben wir da hinten noch einen hier? Ja. Dann bin ich auch gerade... Den dritten? Ja, dann bin ich gerade so die 3 Zoll dran. Ja. Das heißt, du machst auch 3 Siegespunkte dann, ne? Korrekt. Dann steht es am Ende von der Runde... Ne, Zug 1. Runde 1. 3 zu 3. Und... Ja. Wir schauen mal, was wir da jetzt mit den Grey Knights machen können. Weil... Jetzt kommen die Reserven rein. Bewegungsphase ist vorbei. Die Jungs sind soweit stehen geblieben. Die sind da rausgerannt. Mit Voldos. Chaplain ist stehen geblieben. Am Ende der Bewegungsphase ist dann hier der Nemesis Dread Knight rausgekommen in der Mitte. Sodass es Missionsstil hält. Und dann tendenziell auch noch Genestealer oder Broodlaw chargen kann. Und wir haben hier hinten eine kleine Lücke ausfindig machen können. Und deswegen habe ich hier die Thermis rein schocken lassen. Und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie an die Neurotrophes ankommen. Besonderheit ist natürlich hier... Charaktermodelle dürfen ja eigentlich nicht beschossen werden. Nur wenn sie das nächste Modell sind. Von der Entfernung her. Und das wäre jetzt hier gegeben. Das heißt... Ja... Ich dürfte jetzt die Neurotrophe chargen. Mit den Thermis. Und schießen. Und schießen. Natürlich auch... Also das meine ich ja. Das habe ich ja gerade... Du hast ein Tasten gesagt. Ja, ja. Ich meine natürlich schießen. Also ich dürfte jetzt auf dieses Modell hier schießen. Was ja ein HQ Modell ist. Und ich eigentlich nicht beschießen darf. Aber gucken wir mal, wie wir das machen. Wir kommen jetzt auf jeden Fall in die Deepsea Phase. Und zwar werden wir hier hinten... Ja, was machen wir denn da? Die kriegen Hammerhand. Kriegst minus eins, ne? Ja. Oh, das geht aber auf jeden Fall durch. Mit einer acht. Willst du das bannen? Ähm... Ja, würde ich gerne versuchen. Mit wem? Mit dem Neurotro wahrscheinlich hier, ne? Ähm... Ja, genau. Ja. Das wird nichts. Dann... Ja, dann haben die Hammerhand. Das ist schon mal ganz gut. Weiter geht's mit Voldos. Ansonsten, der hat leider nichts in 12 Zoll. Dass ich da mal irgendwie was von meinen schönen Psychkräften anbringen kann. Außer Gate of Infinity. Äh... Ja, aber ich will den jetzt halt... Will den nicht weg teleportieren. Entsprechend macht der nun Smite auf die Genestealer. Das würde durchgehen. Mit einer 9. Du kannst glaube ich auch nicht bannen hier. Ne. Dann bist du glaube ich raus. Ne, wahrscheinlich noch 18. Dann bist du raus. Du siehst du ja auch nicht. Ja, dann wird es D3 geben. Mit Voldos. Ja. So ein 3 weg, ne? Mhm. Dann wollen die hier auch noch Smiten. Brauchen wir auch wieder eine 5. Weil Grey Knights werden natürlich nicht schlechter im Smite. Da hätten wir eine 8. Das wäre ein Schaden nur. Also einer weg. Also einer weg. Dann möchte er Sanctuary machen. Auf sich selbst. Wir brauchen... Oha. Wir brauchen eine 6. Also eine 7. So. Nein, du kriegst ja Schatten. Ja. Das rerollen wir jetzt. Gut. Das wäre durch theoretisch jetzt. Ich versuch's natürlich zu bannen. Ja. Mit dem Birdlord wahrscheinlich. Oder mit dem Neurotrophen. Mit dem Neurotrophen. Okay. Das ist nicht durch. Scheiße. Ähm. Darf der noch Smiten? Ich weiß nicht, ob ich 2 Casten darf mit dem. Aber ich geh mal davon aus. Cast. Das wäre doof. 2. Cool. Ja. Er kennt halt nur eine Power sonst noch. Aber Smite kennen wir alle. Smite geht durch wieder auf eine 5 bei denen. Ähm. Ich brauche jetzt halt eine 5. Das heißt, ähm. Wir haben hier eine 9. Minus 1. Sind 8. Versuche ich auch wieder zu bannen. Jetzt mit dem Birdlord. Ja. Das gibt nichts. Ich geb ein CP aus. Okay. Das ist aber nur ein Schaden, ne? Glaube ich. Muss ich mal gucken. Äh. 9. Jetzt ist es kein Schaden. Das ist auf jeden Fall gar nichts mehr. Das passt. Okay. Dann. War es das glaube ich mit der Psy-Phase. Hemmerhand haben wir ja schon gemacht. Äh. Das ist leider nicht durchgegangen. Woldus kann nichts mehr machen. Ja. Dann kommen wir in die Schussphase. Kleiner Nachtrag. Die Grey Knights ähm. Kämpfen ja nicht gegen Dämonen. Da sind es immer Flat 3. Aber es wird auf jeden Fall. Der Smite hat immer nur 12 Zoll hier Reichweite. Und ich habe jetzt auch nochmal geguckt bei der Sonderregel. Obwohl hier eher der Chef ist. Macht ähm. Ähm. Laut dem Codex jetzt. Ähm. Der Smite immer nur Flat 1 Schaden. Das heißt die haben wir wieder 2 Genestealer dazu gestellt. Ähm. Mal. Da ist tatsächlich eine raus. Die dürfen wir aber wiederholen. Und. Dann hat die Herbie Psy-Cannon eine Stärke von 7. Das heißt wir treffen auf die, verbunden auf die 3. Ja. Da ist ein 3 raus. Und dann hast du dreimal ein Fünfer. Halt rein. Dann gehen 2. Kann ich die 2 wieder wegnehmen? Mhm. Schade, dass es nur so wenig sind. Ja. Dann haben wir den Strike Spot hier hinten. Den machen wir doch gleich weiter. Weil die wollen auch nur auf die äh. Sag schon. Genestealer. Genestealer schießen. Überlege gerade mal ob ich äh. Granate schmeiße. Aber ist ja eigentlich egal. Ne Quatsch. Die schießen komplett Strombolter. Dann haben wir Rapid Fire 2. Das heißt wir haben 4 Schuss pro Modell. Das ist ganz okay. Und die schießen natürlich alles. Wie eben schon gesagt. Auf die Jeans Dealer. Wenn ich die Würfel jetzt hier alle kriege. Auf die 3. Stärke 4 auf die 4. Mit Widerstand. 4. Dann haben wir nochmal 3 Stück. Minus gar nichts. Aber das ist dir egal. Du hast eh immer nur den 5er. Halt ich 2. Krass. Dann geht einer. Du hättest jetzt als kleiner Tipp. Du hast dir hier vorhin schon einen verloren. Oder 2. Und hier auf jeden Fall jetzt nochmal einen. Da hättest du die Modelle jetzt natürlich so weglegen können. Gerade hier. Dass du mit den Charge verlängerst. Ja. Ne. Aber. Gut. Haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Aber wir haben es jetzt gesagt. Dass wir es auf jeden Fall. Dass du es beim nächsten Mal dann auf jeden Fall merkst. Weil. Soll ja was hängen bleiben. Weil so könntest du wirklich 9 Zoll Charge. Ist ja schon. Du weißt selbst durch AOS. Wie schwer das immer ist. Das zu schaffen. Ein Drittel. Dass du schaffst. Und. Dann habe ich halt mal ganz locker. 10. 11. Dann war es das. Ja. Aber vielleicht bin ich ja. Dass du einen Charge schaffst. Ja. Aber mit 2. Achso. Jetzt ist er gar nicht. Ihr hört euch das an. Großkotzig wie er ist. Ich hab dich auch gern. Ja ja ja. Ehrlich. Okay. Wir haben ja hier noch ein paar Typen. Die wollen auch alle auf die Genestealer schießen. Und dann messe ich mal wegen Rapid Fire. Und dann geht es los. Keiner in Rapid Fire. Auf die 3. Einsen wiederholen wegen Riten der Schlacht. Glaube ich heißt es. Vom Cheffe daneben. Boah ist nur einer raus. Da ist nur einer raus. Da kennen wir nichts. Verwunden nur auf die 4. Und jetzt machen wir sie alle weg. Ich sehe 3, 4. Ja ja hallo. 3. 3? 3. Ja verwunden ja nur auf die 4. Auf die 5. 4. Ja haaa. So und jetzt kannst du die so wegnehmen. Er will das ich den charge. Er will es. Wir haben es eben noch gesagt. Okay. Ich zähle Würfel für die Typen da hinten. Dann knallts aber da hinten im Karton. Heavy Psi Cannon und 3x Storm Bolter mit Heavy Fire hier rein. Und der eine Storm Bolter. Äh Quatsch. Heavy Psi Cannon mit 3x Storm Bolter hier rüber. Und einmal Storm Bolter in Rapid Fire. Da rein. So jetzt haben wir es. Heavy Psi Cannon. Treffen wir auf die 4. Verwunden auf die 3 auf die Jeans Dealer. Jawohl. 2x bitte mit minus 1. Aber das ist dir egal. Ich habe immer eine 5er Hose. Richtig. Stehe ich. Stimmt ein. Okay. Dann haben wir 1, 2, 3 Stück nochmal auf die Jeans Dealer. Auf die 3. Auf die 4. Drei Stück. Oha. Da schlägt es mal durch. Oha. Und ähm Rapid Fire auf den Neurotrophen. Wow. Das ist ein Kotzen. Stärke 4. Tafnes 4 hat er nur ne. Ja. Ja ist egal. Verwunden auf jeden Fall. Mit minus gar nichts. Der hat einen 3er Retter. Hat auch einen 3er Rüster. Oder einen 2er Rüster. 3er Rüster hat der glaube ich ne. Nein. 3er Retter. Ich glaube der hat einen 5er Rüster. Der hat einen 5er Rüster. Und einen 3er Retter. Witzigerweise ein 5er Rüster. Ja. Das ist halt immer der 3er Retter. Wie viel Schaden würdest du machen? Einen. Ja dann nehme ich den einen Schaden. Den frisst du ne. Kennt er nichts. So ein Neurotroph. Okidoki. Ähm. Ja. Ja. Dann. Haben wir alles geschossen. Dann kommen wir in die Charge Phase. Charge Phase. Wir fangen hier mit dem Dread Knight an. Der will in die Jeans Stealer. 9 Zoll. Die 1 wiederholen wir. Der ist drin. Krass. Ok. Äh. Die da. Da rein. Also Abwehrfeuer gibt es nicht. Nichts. Und jetzt ist entscheidender. Vielleicht hätte ich mir den Rüber mal. Waren sollen. Obwohl. Ne. Dann wären sie ja hier nicht reingekommen. Die da. In den Neurotroph. Das ist eine 7. Das wird nichts. Ok. Na ja. Immerhin einen Charge geschafft. Von 3. Das ist schon mal ok. Ist ja statistisch. Ja. Dann stelle ich den mal rein. Dann wird zugehauen. Oder auch nicht. Da ist er. So. Jetzt. Ich hab's mit Robert eben schon Offcam besprochen. Ich kann zuerst aktivieren. Bezüglich meines Wallet Trades. Jetzt. Mit dem Wallet hier. Die sind ja 6 Zoll entfernt. Das heißt. Ich kann zuerst die 3 Zoll peilen. Mhm. Und das machen wir jetzt einfach. Genau. Dann darfst du schön zuerst zuschlagen. Ist schon ein bisschen fies. Aber. Das Gute ist. Es sind halt nicht mehr viele. Aber das wird schwierig wegzukriegen. Mit dem. Weil der nicht zu viele Attacken hat. Aber ist wie es ist. Jo. Dann hau mal zu. Du hast. So fünf Stück. Die haben jetzt nur noch drei Attacken. Genau. 15 Attacken. Eins. Zwei. 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 Ja. Zwei. Ja. Dann haben wir einen Vierer Retter erst mal. Nein. Das ist schon mal ein Schaden. Und zwei. Haben noch verwundet. Okay. Minus nicht. Ne. Minus eins. Minus eins. Dreier. Ja. Die stehen beide. Dann ist er. Krass. Ein weniger. Ja. Dann ist er glaube ich auf elf jetzt. Wenn ich das richtig in der Erinnerung habe. Ich guck mal schnell nach. Jawoll. Ja. Und dann. Hauen wir mit der Dreadfist zu. Das sind fünf Attacken. Willst du noch nachfallen damit du den Punkt wiederhältst? Nö. Nö. Das passt schon. Ich halte ja den jetzt da. Ich darf ja eh nur einen halten. Wenn du sie tötest. Ja. Das ist natürlich jetzt das Ziel. So. Die Verbundene treffen alle. Stärke zwölf. Ja. Das sind vier Stück. Mit Minus ganz viel. Also Fünfer. Also meine Fünferhose. Sind vier tote. Okay. Ja. Dann hältst du den Punkt noch. Dann halte ich noch den Punkt. Und den anderen. Vom Zentrum bist du jetzt halt überdeut so weg. Ist egal. Ist egal. Das ist egal. Das macht nichts. Der hat. Ja. Da lege ich mal jetzt hier den einen Lebenspunkt hin. Es kommt. Also hier. Ich spiele jetzt nicht so hart hier auf Punkte hier. Von daher ist mir das jetzt echt egal. Ich halte jetzt zwei Punkte. Das passt schon. Ja. Wir haben nochmal nachgemessen. Und du hältst ihn. Also. Du misst ja immer vom Zentrum. Ja. So ist es. So steht es in den Regeln. Eigentlich. Also in so einem Casual Game. Sag ich mal. Zum Rand. Aber wir machen das hier. Ja. Also in meinem Fall. Muss ich auf jeden Fall jetzt zum Zentrum sein. Wie bitte? In meinem Fall ist es jetzt auf jeden Fall so. Und so ist es ja auch richtig. Vom Zentrum zum Modell. Und das ist auch richtig. Und das spiele ich jetzt auch einfach so. Okay. Das heißt. Ja. Wir haben ja. Ein bisschen was gemacht. Und. Ich gucke nochmal. Ob ich vielleicht nochmal. Stratagem zünden kann. Aber der ist ja auch nicht mehr im Nachkampf. Der ist ja außerhalb von einem Zoll. Von daher bringt das hier nichts. Ich habe nämlich gerade überlegt. Ob ich den einfach nochmal kämpfen lasse. Falls das geht. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen gescheuert. Eigentlich bei einem Genestealer. Weil da kommt noch was ganz anderes um die Ecke. Jetzt da hinten. Schau mal macht. Ja. Auf jeden Fall. Eins. Zwei Punkte. Und dann steht es am Ende meines Zuges. 5 zu 3. Und wir kommen in die Bewegungsphase der Tyraniden. Am Ende der Bewegungsphase. Hat der Genestealer sich hier raus bewegt. Der Broodlord ist natürlich hierhin gelaufen. Neurotroph hat sich nicht bewegt. Hive Guard auch nicht. Dann kamen die Typen da rein. Die haben Hallo gesagt. Ach Neurotroph hat sich glaube ich noch ein bisschen nach vorne bewegt. Dass er smiten kann. Richtig. Und jetzt guck mal hier was hier passiert noch live. kommen die Ripper Storms hier raus. Die Karten mache ich natürlich gleich weg. Ja. Gucken wir mal. Ja. Psi Phase. Hau raus. Hau raus. Hau raus. Hau raus. Wir fangen an mit dem Catalyst auf ihn. Ja. Der kommt natürlich auf die 6. Kommt diesmal. Bannen da hinten die Typen. Bannen da hinten die Typen. Also die Terminatoren. Yes. Nein. Da kriege ich auch nicht ein Minus 1. Das heißt er hat jetzt noch ein 5 auf ihn nur Pay. Ja. Geil. Dann möchte ich gerne auf die Terminatoren smiten. Mh. Mh. Das erste Smite kommt ja auf die 5. Hupf. Paris. Auf den Warp. Bleib dabei. Ah schade. Scheiße. Mach die Würfel weg. Mach die Würfel weg. Mach die Würfel weg. Okay. Ja. Das hat mich jetzt aus der Bahn geschmissen. Mich auch. Ich habe hier noch den Scream. Auf jeden Fall. Oh wie schade. Du Arsch. Okay. Ganz kurz andere Frage. Darf ich dann überhaupt nochmal smiten jetzt nehmen? Ne. Also mit dem Modell nicht. Aber der darfst du nochmal smiten. Na klar. Aber der Smite geht dann halt einfach nur auf die 6 durch. Ja. Also 1000 Suns und Tyraniden. Äh. 1000 Suns und Grey Knights sind die einzigen die da niemals einen Abzug. Ich dachte ich darf es gar nicht mehr weil ich es nicht geschafft habe. Doch doch. Weil das ist ja kein. Also Smite dürfen alle immer. Okay. Deswegen hast du ja immer bei den Modellen stehen die. Dürfen jetzt. Ich sage ich mal zwei Casten. Kennen aber nur eine Disziplin von dir. Das heißt der Smite geht immer. Okay. Deswegen wird er halt einfach immer nur eins schlechter. Okay. Was hast du für eine Bravery mit dem? Bravery? Oder Mut? 8 oder so hat der. 9. Keine Ahnung. Bravery. Also wir reden hier vom Moralwert bei 40k. Ja. Danke. Aber der ist Leadership oder Leadership wie auch immer auf Englisch ist 9. 9. Gut. Also wir schreiben ihn mal an. Ja. Kommt auf die 5. Ist eine 10. Mhm. Macht W3 Schaden und er verliert eine Psychkraft die er nicht mehr einsetzen darf. Weil ich über deinem Leadership bin. Aha. Welche denn? Eine zufällige oder was? Ja eine zufällige. Genau. Also. Wir werfen erstmal die W3 Schaden. Ja. Äh ja. 2. Und zwar runter auf 8. Ja. Zufällig ermittelte. Wie wird jetzt denn zufällig ermittelt? Ich würde jetzt sagen 1 bis 3 ist das Smite. 4 bis 5 ist der andere. Ja. Ist mein Retter um eins zu verbessern. Ja. Ein Sanctuary. Dann hau mal rein. Ja. Kein Smite mehr. Okay. Ähm. Dann. Kann er ja noch smiten? Kann er noch smiten? Er smitet? Ja. Geht jetzt ja nur noch auf die 6. Geht auf das nächste Modell. Ja. Das ist er hier. Kommt. Auch wieder W3. Warte mal. Das bannen wir auf jeden Fall mal mit ihm hier. Ja. Das bannen wir aber jetzt. Ja. Das bannen wir auch. Okay. Ähm. Ja und ich smite mit meinem Broodlot auch noch auf ihn. Okay. Ja. Das geht nicht durch. Dann trägst du eine 7. Dann trägst du eine 7. Ja dann geht das nicht durch. Ich werfe aber auch schlecht. Psi ist nicht meins anscheinend. Ja. Aber ist cool mal so eine kleine Psi Schlacht hier. Das gefällt mir. Fang mal mit ein bisschen Beschuss. Ja. Hau raus. Ähm. So viel ist es ja nicht. Die Hive Guard. Die Hive Guard. Jetzt ist es ein bisschen mehr. Das war Ironie. Ich fange mit der Hive Guard an. Weil danach muss ich erstmal Würfel zählen. Ja ja. Da kommen wir erstmal die Schubkarre mit Würfeln hier an. Und die schießen auf deine Terminator. Ist klar. Hau raus. Auf die 3. Auf die 3. Sind 3 Treffer. Ist richtig. Nach Adam Riese mit den 3 Einzelern. Stärke 8. Widerstand 4. Weil es Terminatoren sind, haben die genauso viel Widerstand wie die Popel Strike Squad. Macht richtig viel Sinn. Willkommen bei den Grey Knights der Elite Armee. Also auf die 2. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Das kommt doch bitte. Du bist krachig. Auch da eine 1. Ich gebe einen CP aus, damit ich das wiederholen darf. Das hast du ja in der Phase noch nicht. Ja. Äh. Es sind 3. 3 Stück. Minus. Viel ne. Minus 1 glaube ich. Oder 2. Nein. Das ist auf jeden Fall. Die Impaler Cannon hat Minimum Minus 2. 2. Ja. Du hast recht. 5er Retter. 2 durch. Dann machen wir den ersten. Ja. 3 Schaden. Richtig. Ja. Da ist der eine schon mal weg. Und der zweite. Und der zweite. 1 Schaden. Hat noch einen Lebenspunkt. Ja. Ja. Dann nehme ich gleich einen weg. Und einer hat noch einen Lebenspunkt. Und dann zielst du hier Würfel für diese Gantenviecher. 3 Schuss pro. Da geht es los. Die 13 Stück. Schießen da schön drauf. Mhm. Da wird zwar nicht so viel rum kommen. Aber mal gucken. Ist egal. Auf jeden Fall erstmal auf die 4. Also das ist. Keine Ahnung. Guck euch das an. Sie treffen erstmal auf die 4. Ja. Das können ja gar nicht alle in seine Pfoten lassen. Und er baut schon wieder Türmchen. Mann rickst du mich auf heute Jens. So. Dann suchen wir mal raus. Man könnte meinen. Du bist im Bau waren gerade. Ja. Du weißt doch wie das ist mit diesen Simulationen und so. Gut. Also das ist schon echt viel Ausschuss hier. Ja gut. Das dürfte ungefähr die Hälfte sein. Guck euch hier. Da da. Auf die 4 haben wir gesagt. Den wollte ich rein mogeln meinste? Ja. Siehst du noch irgendwas bevor es wieder rein kommt? Nein. Alles gut. Und jetzt auf die 5 verbunden wir. Die andere 3 haben wir ihm geschenkt, die er jetzt mitgenommen hat. Das war ein Scherz. Da war keine. Auf die 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Minus gar nichts. Richtig? Minus gar nichts. 2. 2. Okay. Da gehen wieder 2 runter. Da hat er noch 6. Da ist ja richtig was passiert. Naja. Immerhin. Also. Jetzt kannst du ja den Strader Gem zünden. Dann kannst du ihn nochmal schießen lassen. Ganz mal kann der große schießen nochmal. Ja. Ja gut. Der kann ja auch nichts. Der kann ja auch nichts. Aber 12 Schuss ist es trotzdem. Mhm. Das ist halt eine Menge Holz hier. Was hier um die Ecke kommt. Die Kleinfie macht auch Mist. Wie wir gerade jetzt gesehen haben. Viele Würfel. Ja. Da steigt die Chance, dass man mal eine 1 würfelt. Wenn man 2 aufs macht. Auch wieder auf die 4? Ja. Da ist nicht so viel. Hände waschen. Hände waschen. Ja. Würfel wegwerfen. Kann ich doch bestimmt euch auch neue bestellen. Ja. Klar. Ich hätte eine Stärke von 5. Ne. Bin ich beim Falschen. Stärke 4 haben die glaube ich auch. Stärke 5. Aber der ist minus 0. Der ist minus 0 dann. Genau. Dann ja. Wieder auf die 5. Einer. Minus 0. Zweier. Ja. Steht. Gut. Dann. Lohnt es sich nicht nochmal drauf zu schießen würde ich sagen. Mhm. Ich würde gerne chargen. Hau raus. Der kleine einzelne Jeansstealer. 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 Charge auf deinen Roboter. Abwerfer. Abwerfer. Feuer. 1. Wiederholen. Haben wir nichts. Ja. Das verbunden wir definitiv mit der 6. Hast du deinen 5er. Ne. Ist er weg im Abwehrfeuer. Kennen wir nichts. Kennen wir gar nichts. Der große. Oh oh. Der Trigon. Braucht eine 9. Aber weil er plus 1 kriegt nur eine 8. Einseln wiederholen. Ne. Äh. Starke 7. Du hast Toughness 6 oder 7 mit dem. Ich hab eine Toughness 6. Okay. Dann verbunden wir auf eine 3. Das heißt du hast einmal mit minus 2. Ups. Das heißt ich hab eine 5. Jo. 2 Schaden flat. Dann kriegt er 2 Schaden. So. Jetzt wird es über interessant. Schauen wir mal ob er die 8 schaffen. Puh. Wie cool. Oh oh. Nichts. Das ist ärgerlich. Leider nicht. Schade. Der Broodlord möchte trotzdem auch noch. Auch da darf man wieder Abwehrfeuer geben. 1. Ja. Sieht ganz gut aus. Ja. Wieder 2. Und wieder 2 Verwundungen mit Stärke 7. Der hat glaube ich nur einen 4er Retter. Der hat einen 5er Retter. 5er Retter nur. Aber minus 1. Also müsste er jetzt einen 4er haben. Also er hätte einen 4er save. Und hat aber einen 5er Retter. Okay. Dann bleibt es bei der 5. Egal wie du es drehst und wendest. Und dann habe ich den 5er Catalyst noch. Feel no pain. Das sind 2 Schaden. Also müsstest du jetzt 2 werfen. Weil es 2 Schaden sind. Ja. Dann halte ich keinen von den beiden und kriege 2 Schaden. Mhm. Ja. Wie viel hat denn der? 6? Der hat. Glaube ich. Aber 6 oder 5? 6 glaube ich. 6. Also hat er noch 4. Okay. Dann darfst du aber. Chargen. Ja und das wird easy going. Ja der ist drin. Möchtest du noch irgendwo chargen? Ne. Neurotrophen sicher nicht. Ja ich möchte unbedingt mit dem Neurotrophen chargen. Unbedingt. Der hat einen 3er Retter. Der hat einen 3er Retter. Ja. Und das ist auch das einzige was er hat. Ja. Dann darfst du aber mit Broodlord ziemlich hart zuhacken jetzt. Ja. Dann darf der Broodlord anfangen. Der Broodlord hat 6 Attacken. Ja. Auch die 2. Das ist hart. Das ist hart. Mhm. Du hast jetzt aber eine Stärke von. Ich habe jetzt eine Stärke von 5. Ja. Das heißt du verwundest mich auf die 5 mit Taffen 6. Und alles was nicht verwundet darf ich wiederholen. Richtig. Gegen den Doppelklauen. Aber es sind schon mal 3. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja. Bleibt es bei den 3. Bleibt es bei den 3. Bleibt es bei den 3. Mit minus wie viel? Das ist auf jeden Fall eine Menge. Die 6 hat minus 6 und 3 Schaden Flat. Ja. Und die anderen beiden haben minus 3. Okay. Dann machen wir erstmal die 6. 4er Retter. Oh die steht. Und wie bei den anderen geht noch mal einer durch von den normalen. Also das habe ich jetzt gedreht da den einen. Mhm. 1 Schaden oder was? Ne 2. Den 3 Schaden. Ah ja genau. So war das. 2. 2. Dann ist er runter auf 4. Jo. Alles klar. Dann. Ja. Dann darf ich direkt zurückhauen wenn du jetzt nicht irgendwie zünden willst oder so. Ja. Ähm. Ich habe jetzt so spontan nichts was ich direkt zünden durfte. Ne. Hast du. Stimmt. 4 Attacken haben wir nur noch. Treffen. Auf die 3. Dürfen 1en wiederholen. Das gefällt mir. Aua. Verwunden aber auf die 2. Wahrscheinlich. Mit Stärke 12. Jo. Dann einmal mit Minus. Ist mir egal. Achso. Dann haben wir. Ich habe den 5er. Safe. Ja. Jo. Halte ich. Krass. Oh oh. Hast du noch was? Nö. Weil dann würde ich für 3 Punkte noch einen Strategy zünden wollen. Dass er nochmal zuschlagen darf. Dass der nochmal zuhauen darf. Ja. Dann habe ich noch 2 Command Points. Mhm. Und das ganze Spiel geht von vorne los. Ja. Dann hau raus. Also haben wir wieder 6 Attacken. Wieder auf die 2 plus. Mhm. Wieder auf die 5. Alles was ich nicht verwundet darf ich wiederholen. Oha. Das ist einmal auf jeden Fall mit dem harte Ding. der steht. Und 3 mal normal. Wieder minus 3 aber. Ja ja. Die stehen auch alle. Das ist natürlich nicht schlecht. Da waren die CPs für den Popo. Ja. Kann man ja ahnen. Dass du so savest. Ne. Aber ja. Ja. Okay. Jens hat vergessen hier zu chargen. Weil ich hier die ganze Zeit mit meinem Kadaver davor stand wahrscheinlich. Ähm. Da hat er natürlich auch die 9. Und. Ich glaube. Ja. Wir haben ganz normalen Storm Bolter. Das heißt. Wir geben hier mal Abwehrfeuer. Dürfen die 1 wiederholen. Nö. Stärke 4. Verbunden wir nicht mit einer 1. Okay. Dann hau mal raus die 9. Dann machen wir mal die 9. Pass auf jetzt. Ne. So nicht. Reroll darfst du jetzt auch nicht mehr. Hatte ich eh schon in der Chargephase. Genau. Also wir haben jetzt ein bisschen zurückgespult quasi. Am Ende deiner Runde hältst du 3 Punkte. Hier bin ich auch innerhalb von 3 Zoll jetzt. Das heißt der Punkt ist umkämpft. Weil hier bin ich ja jetzt auch. Dann krieg ich nur die 2. Das heißt du kriegst nur die beiden da. Und. Ja. Wird's aus. Wir sind wieder bei 5 zu 5. Irgendwie. Was. Joa. Bewegungsphase. Grey Knights. Chaplain ist einfach auf das Missionsziel gegangen. Dann der Dread Knight. Ist eh. Einen kompletten 7 Zoll hier raus gerannt. Nicht gerannt. Gelaufen. Keine Angst. Die sind hier nach vorne gelaufen. Mit Wollos. Im Gepäck. Hinterher. Die sind auch nur so ein Stückchen davor. Dass die 12 Zoll zum Broodlord haben. Die sind auch ein bisschen nach vorne. Maximal ihre Thermi 4 Zoll. Richtung Neurotroph. Und dann kommen wir direkt in die Psy Phase. Und zwar möchte er wieder Sanctuary machen. Warte mal. Darf der überhaupt. Uh. Uh. Cast 2. Ja. Sanctuary. Auf sich. Geht durch. Mit einer 11. Beziehungsweise 10. Wegen Schatten und Warp. Möchtest du das bannen? Nein. Smite. 9. 8. Möchtest du das bannen? Von wem kommt das jetzt? Vom, äh. Red Knight. Er darf nicht smiten. Wieso? Wieso? Klar darf der es mal. Ach du, den hast du mir geklaut. Gut, dass du mich dran erinnerst. Die smiten. Mit einer 10. Ähm. Also einer 9 quasi. Schade. Äh. Ja. Den einen tödlichen nehme ich. Okay. Dann ist er runter auf 3. Nein. Er hat einen 5er Ritten. Pino Pain. Richtig. Gut aufgepasst. Ist aber trotzdem runter auf 3. Hier. Die hier. Smite. Geht hier durch mit einer 11. Beziehungsweise eine 10. Äh. Da muss ich mal ganz kurz was nachgucken. Also unabhängig davon, ob ich eine 10 oder mehr schaffe. Es gibt nur einen Schaden. Auch hier. Möchtest du das bannen? Das waren jetzt die? Das waren die da. Ja. Den nehme ich auch den einen Schaden. Dann wäre er runter auf 2. Ja. Ja. Uhach. Auch das nimmt er. Äh. Dann. Möchten die noch Hammerhand. Ne. Ja. Das haben die auch. Aber das Problem ist. Weil. Die haben das ja da hinten vorher gemacht. Ähm. Ne. Das machen die nicht. Der da. Smited. In die rein. Geht auch durch. Ja. Da krieg ich keinen Schatten und Warp. Da gibts auch einen Schaden. Ne. Ne. Die haben mehr Lebenspunkte. Glaube ich. Du kennst die wahrscheinlich besser als ich. Die haben mehr. Die haben mehr. Die haben mehr. Ja. Die haben 3 pro. Mhm. Die sind ja richtig tough die kleinen Biese. Ich leg die mal hier einfach einen roten Würfel auf die Typen drauf. 2. Oder so. Geil. Ich will das doch. Okay. Dann. Kommen wir. Haben wir da hinten schon gemacht? Ne. Nein. Dann. Ähm. Möchten die Hammerhand machen. Oder wollen die es mal. Ne. Die wollen Hammerhand machen. 5 reicht nicht. Sogar nur 4. Und du brauchst nur 6. Richtig. Herrera. Schatten und Warp. Ne. Okay. Und dann kommen wir zu ihm jetzt. Voldus. Möchte erstmal Perch. Soul. Auf. Die da machen. Ja. Ist es so. Ähm. Wir werden jetzt beide. Einen Würfel werfen. Und ähm. Addieren jetzt unseren Leadership dazu. Das heißt. Ich hab ne 9. Ich hab ne 9. Okay. Du hast 9. Ich hab ne Leadership 9. Plus die 3. Wären 12. Und die Differenz kriegst du als tödliche Wunden. Durch Perch. 3. Genau. Wir gucken nochmal nach. Äh. Äh. Ich hab ne Leadership 4. Plus die 5. Krieg ich ne 9. Okay. Dann möchte er noch Smiten. Und zwar geht das aber auf die da. Weil die näher sind leider. Nein. Und dann möchte er noch Vortex of Doom machen. auch innerhalb von 12 Zoll. Wir brauchen 8. Wir brauchen 9. Ja. Aber das geht mit einer 10 sogar durch. Ich versuch's zu banden jetzt. Ja. Okay. Wir haben einen Mann noch. Nein. Kommt durch. D3 tödliche. Genau. Eine nochmal. Auf die 5. Ach. Das hätt ich mal rerollen sollen. Okay. Ja. Aber trotzdem. Das war ne gute Psi Phase. Die war da schlecht. Leider ja. Das war nicht schlecht. Sanctuary haben wir durchgekriegt. Haben wir doch ne. Ja. Hatten wir das durchgekriegt hier. Jetzt hab ich grad nicht aufgepasst. Was war denn Sanctuary? Ach. Das war das. Ja. Das hast du auf ihn selber gemacht. Ja. Cool. Schlussphase. Die da. Der eine Rapid Fire. Auf die 3. Stärke 4. Auf die 5. Zwei Stück bitte. Auf den Broodlord. Minus 0. Minus 0. Dann hat er ein 4er safe. Und hat ein. Über 4 no pain. Ja. Nein. Oh nein. Jetzt hat er noch eine Wunde. So. Die geben wir ihm jetzt in Gnadenschuss hier. Die da. Alle. Auf den Broodlord. Auf die 3 Einzelnen wiederholen wegen Riten der Schlacht oder wie das heißt. So. Die 2 kommen raus. Die 2 kommen raus. So. Und dann haben wir hier Stärke 4. Auf die 5. Oh oh. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei Stücke nur. Kannst du einen reroll noch machen oder hast du noch einen CP? Okay. Kein Minus ne? Nö. Also habe ich einen 4er? Jo. Ich gebe einen CP aus um einen safehoff zu wiederholen. Oha. Feel no pain? Ich habe es dir gesagt. Okay. Okay. Boltos muss jetzt auch noch drauf schießen. Das hilft nichts. Strombolter. Auf die 2 glaube ich. Kannst du ihn wiederholen. Auf die 5. Zwei Stück. Minus? Nichts. Also ein 4er. Wie viel Schaden? Machen weg jetzt. Zwei Schaden. Zwei Schaden vom Sapper? Nein, 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 nein. Zwei insgesamt. Also zwei mal ein 5er jetzt. Ich komme hier für die Spannung. Trommelwirbel. Nö. Ist doch tot. Hat er noch CC ausgegeben. Ja. Töte den Kriegsherrn gibt es nicht. Glaube ich. Egal. Der ist schon mal weg. Chaplain schießt. Oh, was hat er denn für einen Ballistikstrike? Zwei. Krass. Auf die Typen hier vorne. Ripper Swarms. Was haben die für einen Widerstand 3? Die haben einen Widerstand von 3, ja. Okay, dann zwei Stück mit Minus Null auf die Ripper Swarms. Zwei Stück, dann haben wir noch einen 6er. Ja. Dann ist einer noch tot, ja? Ja. Okay, jetzt zähle ich mal wirklich Würfel für die Thermis. Thermi Antwerpen. Alle Stormbolder gehen in den Neurotrophen. Und die normale Psycannon geht in die Hive Guard. Erstmal die da. Auf die 3. Die Stormbolder. Das passt ja. Stärke 4. Wieder schon. Auf die 4. Eins, zwei Stück Minus Null. Dann habe ich schon 3er. Einer geht durch. Dann geht nochmal einer durch. Tatsam. Vier Schuss Psycannon. Auf die 4. Auf die 3. Nee. Nicht. Gut. Das wäre auch zu schön gewesen. Chargen. Mhm. Ich glaube jetzt wahrscheinlich hier. Die da. Ähm. Der 9 reicht auf jeden Fall. Dann stellen wir die mal hin. Abwehrfeuer gibt es nicht. Muss ich noch irgendwo chargen. Ja. Da. Meine Reaper Storm. Meine Reaper Storm, würde man ja sagen. Jawohl. Ach, lass den rankommen hier. Ist mir egal. Ich will das Missionsziel halten. Das ist ja nur noch einer. Soll ich dir die 9 hier einfach? Ja komm, hau mal rein. Ich weiß nicht was. Live peilen. Äh. Live charge. Ich peile gleich hinterher. Das ist ja das einzige was du hast. Für dich. Ja. Der hat noch einen Lebenspunkt gehabt. Mit der helle Bade da. Yes. Dann fangen wir da auch gleich an zuzuschlagen. Weil gut. Da muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufteilen hier. Weil die haben ja alle irgendwie andere Waffen. Waffen. Und was weiß ich. Ich weiß nicht. Der Chef. Hat. Wer ist denn der mit dem Rock? Der hat ein Schwert glaube ich, ne? Der ganz Große? Der hat eine Keuze. Ne. Der mit so einem. Mit so einem. Na. Hier mit so einem. Mit so einem. Mit so einem. Stofffetzen. Vorne. So einem Ländenschutz. So einem riesengroßen. Genau der da. Der hat ein Schwert. Gut. Dann haben wir mit den drei Attacken. Treffen auf die drei. Äh. Ja. Jetzt wenn ich die Waffenprofile kennen würde. Stärke vier. Nicht. Nicht. Okay. Dann haben wir. Den Stave. Der ist raus. Die helle Bade. Zwei Attacken. Auf die drei. Eine. Stärke fünf. Müsste die aber haben jetzt. Dann auf die drei. Äh. Jawohl. Das ist einmal. Bitte mit minus zwei. Ignoriere ich. Halte ich? Ja. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Dann haben wir noch. Mal. Die helle Bade. Aber wir haben ja zwei helle Bade. Weil die T-Cannon hat ja auch eine helle Bade in der Hand. Nochmal auf die drei. Und. Jawohl. Dann nochmal. Dreier Ritter. Ja. Ja. Ah. Okay. Das waren schon mal drei. Dann haben wir jetzt noch den einen Kerl da mit seinem Hammer. Der trifft auf jeden Fall. Äh. Glaube ich. Auf die vier nur. Ja. Aber jetzt. Auf die zwei verbunden. Nein. Hast du schon den Re-Hall benutzt? In deinem. In deinem A-Kampf-Phase? Nein. Dann lassen wir das. Dann darfst du zurückkommen mit dem Neuro drauf. Du hast eine Attacke. Auf die vier. Nein. Aber jetzt mal ehrlich. Da denkt man da kommt mehr durch ne. Wenn die Typen auf einen zukommen ne. Hätte ich jetzt schon gedacht dass da was rumkommt oder so. Da muss man halt sagen da ist geil wenn der Chaplain in der Nähe ist dass ich einfach die Einsen beim beim Treffen in der Nahkampf-Phase da beziehungsweise beim Wunden dann. Ne. Bei einer Nahkampf-Phase einfach wiederholen kann. Du wolltest mit denen hierhin. Oder alle Trefferwürfe oder irgendwie sowas. Ja. Aber ist egal. Ist wie es ist. Ähm. Eins. Zwei. Den halte ich auch weil ich da mehr hab. Drei. Uah. Drei Punkte. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ähm. Das war mein dritter Zug. Dann steht es 8 zu 5. Das ist meine Bewegungsphase. Genau. Und jetzt bist du dran. Tyraniden. Zug drei. Bewegung ist vorbei. Der da ist natürlich in Snake-Eye-Reichweite da vorne hingegangen. Da kam der Dicke an mit 7 Zoll Movement. Die mit 6 Zoll hinterher. Der ist ein bisschen nach rechts beziehungsweise links verschoben von dir aus gesehen Jens. So dass er ihr smiten kann. Richtig. Und äh. Aber mach den Dicken nicht so langsam. Der hatte 9 Zoll Hof. Achso genau. So dick ist er gar nicht. Aber ja. Ist auf jeden Fall dran. Der ist aus dem Nahkampf geflogen. Naja. Eigentlich ist er ein schlankes Kerlchen, ne? Ja. Ja. Dann würde ich gerne anfangen mit meiner Psy-Phase. Ja. Ähm. Er smitet natürlich. Ist klar. Auf die 5. Passt. Bannen. Nee. Warte mal. Du hast eine 6. Ich habe eine... 6. Das geht nicht durch. Also das geht durch bei dir. Aber ich krieg's nicht gebannt. B3. 2. Dann ähm. Nimmst du mal den mit der Hellebade da weg. Und gibst dem mit dem Hammer den einen Lebenspunkt. Weil der Psy-Kennen soll da bleiben. Gut. Und vor allem soll... Ja. Das passt schon. Ähm. Ja. Katalyst kann er gleich nur auf sich selber machen. Macht er das? Das ist jetzt die Frage. Das macht er. Die 1 darf ich sogar wiederholen. 9. Passt. Dann müssen wir hier ganz kurz einmal durchmessen. Ja. Der passt. Der passt. Dann fangen wir mit dem Smite an. Ja. Auf der 6. Ja. 1 darf ich wiederholen. Du könntest ja auch bannen noch. Nee. Nee. Nicht raus. W3. Hm. Oha. Okay. Dann machen wir den Schrei hinterher auch. Der hat ja die gleiche Reichweite. Mhm. Auf die 5. Ja. Nochmal W3. 2. Ist der Druck tot. Mhm. Oh oh. Joa. Psy-Phase wäre durch. Ich würde gerne anfangen zu schießen. Ja. Pfff. Ähm. Es sind ja beides HQs ne. Ja. Also muss ich auf den großen Roboter schießen. Der ist näher. Schießen mit meinem großen zuerst. Der hat 12 Schuss. 5. 6. Wobei wenn es 2 HQs sind darfst du das natürlich auch ausprobieren da. Also würde ich jetzt dir sagen. Weil das ist egal. Ja ich schieß trotzdem auf den Roboter. Auf den Roboter. Auf den Roboter. Das ist ein Grandmaster in Nemesis Dreadknight. Naja. Bis du. Wenn du das sagst. Ja. Ist gleich tot. Ja. Ähm. Auf die 4. Ja. Mhm. Gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut. Wie die ganze Zeit schon. Stärke 5. Ja. Auf die 5. Ja. Gar nicht mal so gut. So. Willst du da hinten die machen noch. Bevor wir die vielen Würfel zählen müssen. Äh. Ja genau. Ich würde gerne auch mit den kleinen hier schießen. Ja. Wohin genau? Dein Terminator. Ja. Ist klar. Ich will ja den Punkt zurück haben von dir. Mhm. So. Auf die 3. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Außer die eine 1 da hinten. Bleibt alles im Spiel. Auf. Also ich habe eine stärke 8. Mhm. Widerstand 4. Auf die 2. 4 Stück. Ja. Minus 2. Ja. Vierer. Äh. Fünfer. Glaube ich. Warte mal. Checken wir. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Äh. Minus 2. Da haben wir einen 4er. Dann hältst du 3. Dann halte ich 3. Dann machst du einmal W3 Schaden. Dann ist einer Auto tot. Den muss ich nicht mehr würfeln. Genau. Korrekt. Ja. So. Und dann darf ich kurz Würfels zählen. Dann darfst du jetzt Würfel zählen. Ja. Die schießen jetzt alles auf Voldos. Da sind ja 2 HQs. Also treffe ich auf die 4. Jo. Stärke 4 auf Widerstand 4 auf die 4. So semi optimal. Auf die 2. Weil es Voldos ist. Ja. Hältst du alles. Ja. Läuft. Hat sich belohnt das Würfel zählen. Er hat auch 6 Wunden. Also das wäre hart geworden. Ja. Ja. So viel Würfel zählen und nichts. Chargen. Da wollen wir chargen. Der große. Ja. Ähm. Warte mal. Ja. Ich warte. Ja. Ja. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Psy Cannon. Heavy. Knapp. Stärke. 7. Äh. Du hast Tafnis 7, ne? Ich habe Tafnis 7, ja. Okay. Dann einmal mit Minus 2. Ich habe Tafnis sogar nur 6, aber. Dann sind es 2. Äh. Mit Minus 2 habe ich noch einen 5er. Minus 1. Entschuldigung. Dann habe ich noch einen 4er. Sind 2 durch. Das war ja eine 3. Das heißt mit Tafnis 7, starke Widerstand 6, habe ich auf die 3 verbunden. Das passt. Ja. Also sind es 4 Schaden jetzt. Also hat er insgesamt schon 6 Schaden gekriegt. Genau. Also hat er noch 6 Leben. Krass. Hm? Ja. Dann Charge. Warte. Ich will die 50 Cent nicht. Achso. Du willst den Würfel festhalten. So. Ich hatte noch, warte mal. 1. Und er hat noch 6 Leben dann gleich. Genau. Und er chargt jetzt erstmal. Brauchst ein 4. Er kriegt bloß 1. Hast du schon wieder gelesen. Bist drin? Oh oh. Aber er ist schlechter. Aber ich möchte ihn gerne so hier rein chargen. Warum? Ja damit er hier 3 Zoll an dem Punkt ist. Geht das? Klappt das? Ob er steht? Meinst du? Ja. Jetzt kriegen wir ihn hin. Ansonsten legen wir ihn da fast runter. Ja. Dann hau mal zu. Dann hauen wir mal zu. So. Mit noch 6 Wunden. Hat er. Ja. Das wird hart hier. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Maschinenzerklopper hier der Typ. Du bist ein Fan sagst du? Ich finde den geil hier. Auf jeden Fall. Denk dran der kriegt dann eine Attacke zusätzlich. Er hat normalerweise 6 Attacke. Kriegt eine zusätzlich. Und 1en darf er wiederholen beim Treffen. Genau. Trifft er jetzt irgendwie schlechter dadurch daran? Auf die 4, weil er so viele Wunden hat? Ja. Nicht mehr auf die 3. Die 1 darfst du wiederholen. Ja, das sieht schon besser aus. Und ich habe eine Stärke von 7. Ja. Auf die 3. Drei Stück. Äh. Minus. Äh. Minus 3. Okay. Vierer. 1, 2 durch. Wie viel Schaden? Das ist hart. D3. Ja. Dann mach mal. Äh. D6. Entschuldigung. Ja. Ach, dann mach einfach mal. Pfff. Jut. Okay. Ähm. Dann entferne ich den gleich mal vom Spielfeld. Aber vorher nehme ich noch ein Strategion. Kleinen Moment. Ich gebe einen Command Point aus. Und dann darf ich mit einem Charaktermodell, bevor es getötet und vom Schlachtfeld entfernt ist, nochmal kämpfen oder schießen, als wäre es eine Nahkampf- bzw. Fernkampfphase. Wir kämpfen natürlich jetzt nochmal. Äh. Gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er jetzt auch im schlechtesten Profil dann nochmal zuhacken darf. Entsprechend 3 Attacken auf die 2. Einen sind dürfen wir wiederholen. Ja, das sieht doch gut aus. Und wir haben jetzt aber eine Stärke mit der Dreadfist. Ähm. Hat er 2 Dreadfists? Keine Ahnung, hab ich jetzt die ganze Zeit nicht so gespielt. Äh. Auf die 2 mit Stärke 12. Ja. Das sind 3, ne? Ja, 3 auf jeden Fall. Ähm. Ja, 3 Stück. Mit minus 3. Dann hab ich noch den, ähm, 6er, ne? Ja, halt ich einen. 2 D3. Das sind 4. Hat er noch 2 Leben. Super. Oh nö. Der ist einfach weg. Kakao. Am Ende von Jens Zug bekommt er 1, 2, 3. Und. Besonderheit. Hier haben wir eine Linientruppe am Punkt. Also das ist ja da drunter. Das heißt, er hält das automatisch. Das heißt, er bekommt 4 Punkte. Und es steht 9 zu 8. Am Ende von Runde 3. Und wir kommen in die 4. Runde der Grey Knights. Bewegungsphase Ende. Voldos ist nach vorne. Hier haben wir den Trupp so ein bisschen postiert, dass wir da auf jeden Fall noch smiten können auf ihn. Die sind auch einfach ein bisschen Richtung Neurotroph smiten. Und, ja. Zielphase. Smite den Neurotroph. Geht mit einer 10 auf jeden Fall durch. Einen Schaden. Neurotroph versucht zu bannen, ne? Ja, brauchst eine 11. Dass das rüberkommen. Jo, darf ich. Okay. Smite auf ihn hier. Sechs kommt. Gibt keinen Schaden im Buch. Ja. Dann einen Schaden. Eine tödliche. Hat er noch. Einen. Er hier smitet. Sieben. Ja. Eine tödliche. Für die Rippers. Haben sie noch 2 hier. Die Typen. Dann. Er darf ja 3 Stück machen. Ja. Er macht auf jeden Fall erst einmal Perch Soul. Und dazu. Warte mal. Oder? Ne. Wir machen jetzt hier erstmal Perch Soul. Glaube ich. Das ist das mit dem Moralwert. Auch. Mit dem da. Was haben die für einen Moralwert? Let me check it. Das wird jetzt interessant. Die Thermis? Ja. 5. Gut. Dann lassen sie mal bei den Würfel werfen. Ich habe wieder eine 12. Und du hast eine 10. Sterbt einer. Sterben 2. Die Differenz. Ich glaube 12. Ich war bei 11. Genau. Dann haben wir das schon mal gemacht. Dann haben wir noch Vortex of Doom. Das ist eine 8. Auf ihn hier. Ne. Ne. Das machen wir auch auf die da hinten. Macht der Sinn. Das ist eine 7. Die rerollen wir. Das ist auf jeden Fall eine 6. Plus 3. Das sind 9. Wegen Schatten im Warp. Hast du ja gedacht. Ja. Und ja. Dann hätten wir D3. Für 3. Und dann haben wir noch Smite. Weil er darf ja 3. Auf ihn hier. Auf ihn hier. Nein. Oh oh. Ups. Okay. Mit Smite haben wir es beide heute nicht so. Ne. Nicht so richtig. Dann fangen wir gleich an zu schießen. Dann Feuer frei. 2. Äh. Storm Bolter in ihn hier rein. Auf die 2 glaube ich. Genau. Weil Voldos schießt auf die 2. Und auf die 5. Eine. Minus nichts. Aber auf die 3. Ja. Ja. Ist klar. Ist klar. So. Dann haben wir hier einmal in Rapid Fire. Und zweimal normal. Auf ihn hier. Auf die 3. Auf ihn hier ist der dick oder? Ja. Auf die 5. Zwei Stück wieder. Wieder auf die 3. Ja. Oh oh. Er hier. Der Chaplain. Auch noch auf ihn. Geht gerade so. 5. Nichts. Hi. Da hinten. Storm Bolter. Erstmal. Also er geht alles rein. Auf die 4. Zwei Stück. Auf die 3. Ja. Halt ich. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Zielkennen geht natürlich auch noch da rein. Ja. Äh. Vier Schuss. Auf die 4. Stärke 7. Glaub ich. Nein. Doch. Auf die 3. Zwei Stück minus 1. Ignorieren. Ist klar. Ist klar. Einer durch. Ein Schaden. Fünfer Catalyst. Hälter. Hälter. Ja. Dann. Kommen wir gleich in die Charge Phase. Er hier. In deinen Ripper Typen da. Ist drin. Logischerweise. Er da. Ist auch drin. Ich aktiviere. Achso. Natürlich die da auch noch in deinen Neurotrophen. Sind auch alle drin. Die 2. Ich aktiviere zuerst. Du hast nur einen Command Point ne. Das heißt du kannst eh nicht unterbrechen. Ihn hier zuerst. Auf jeden Fall. Feuer frei. Geil. Äh. Woldus. Wenn der das jetzt nicht macht hier. Naja. Das wird er gut schaffen oder? Hat 5 Attacken. Mit seinem Hammer. Ähm. Er trifft auch nicht schlechter. Ja geil. 5 Attacken. Auf die 2. Einen dürfen wir wiederholen. Wir haben jetzt mit diesem Ding eine Stärke von 8. Verbunden dich auf die 3. Dann haben wir 3 Stück. Mit minus 1. Mit minus 3. Mit minus 3. Minus 3. Dann hab ich noch einen 6er. 3 Schaden flat. Ja. Er hat nur ein Leben. Hauen weg. Ja. Mach. Dann guck mal ob der ausrastet. Ich glaub der rastet aus. Auf eine 6. Ne. So auf jeden Fall nicht. Gut. Ich überlege noch ganz kurz. Darf ich den Re-rollen? Wieso? Auf die 6. Na klar kannst du das machen. Logisch. Aber ich glaube das ist es nicht wert. Ist es das nicht wert? Ich glaube nicht. Ne? Meinst du nicht? Anders werde ich ihn wohl nie töten. Den Dings. Ne. Also mit dem zumindest nicht mehr. Willst du das? Ne ich will nicht. Okay. Chaplain. Auf die 2. Einsen dürfen wir ja wiederholen. Glaub ich. Weil es ein Chaplain ist. Ja. Das hat er ja als HQ. Ähm. Crotius Arcano. Stärke 5. Auf die 3. Eine. Auf wen nennt man es? Auf die Reapers Horns oder was? Eine minus eins auf die Reapers Horns. Das ist durch. Der hat mir nur nen 6er sonst. Okay. Das sind 2 Schaden flat. Die haben nur noch 2 Leben sind sie tot. Jawoll. Das war wichtig für dich. Okay. Ja. Das war auf jeden Fall wichtig. Der ist auch weg. Dann kommen wir zu den Terminatoren da hinten. Da haben wir ja nur noch den Typen mit dem Schwert. Das ist der Chef. Drei Attacken. Auf die 3. Und Stärke 4. Auf die 4. Zwei Stück. Minus. Ist egal. Dreier. Halte ich beide. Helle Barde. Auf die 3. Ja. Auf jeden Fall. Minus 1. Halte ich auch. Naja genau. Bevor wir. Bevor wir. Du hab' vielleicht schon gesagt. Drecksack. Okay. Dann machst du mal hier endlich dieses Vieh vom Feld hier. Komm. So schlecht sieht man ganz aus. Und äh. Ja. Darum geht's ja nicht. Und dann peilen wir dann nochmal 3 Zoll hier nach. Und dann sehen wir mal Punkte. Am Ende meiner Runde halte ich diesen Punkt hier. Dann habe ich mich 3 Zoll zur nächsten Einheit bewegt. Bin jetzt aber trotzdem innerhalb von 3 Zoll um den Punkt. Da hinten habe ich eine Standard Truppe der Grey Knights. Das sind Thermis. Äh. Die halten das auch auf jeden Fall so. Und hier ist der Chaplain jetzt ganz alleine. Das heißt wir kriegen 4 Punkte. 12. 12 zu 9. Und wir kommen in die 4. Runde der Tyraniden. Ja. Bewegungsphase der Tyraniden ist vorbei. Was hast du gemacht? Also wir haben die beiden Neurotrophen bewegt. Einmal so dass ich gerade so den Punkt halte und exakt auf 18 Zoll Entfernung bin. Und hier einfach aus dem Nahkampf geflogen. Ja. Die Überlegung war jetzt folgende. Was du jetzt versuchst. Weil Problematik ist natürlich da jetzt hier. Ja. Was ich jetzt versuche ist. Ähm. Ich werde versuchen die hier tot zu smiten. Damit ich anfangen kann hier her zu schießen. Das wäre die Idealvorstellung. Weil der aber. Wobei ich gerade noch die Idee habe wahrscheinlich mit der Hiveguard eher hier hinten hin zu schießen. Dass du die Punkte nicht mehr bekommst. Mhm. Ähm. Das muss ich mir aber gleich nochmal überlegen. Je nachdem wie die Psi Phase ausgeht. Weil ich ja da und hier mit Mortals jetzt um mich werfen möchte. Ja. Dann hau mal raus. Psi Phase. Psi Phase. Wir fangen mit diesem Smite an. Mhm. Mhm. Sieben. Ja. Das bangen wir. Nein. Nicht. W3 tödliche. Mhhh. Ja komm. Mach sie weg. Ist egal. Überleg doch ob ich rerolle. Ja. Wenn du reroll willst bitte reroll. Ne. Mach sie weg. Komm. Ist egal. Ist hier ein Spaßspiel. Das ist schon mal gut ausgegangen. Optimalvorstellung. Und ziemlich. Wir smiten hierher. Auf die 6 jetzt. Ja. 11. Pfff. Egal. Doppelt 6. Den rerollen wir jetzt. Nein. Runter auf 2. Und dann habe ich höher als 10. Dann mache ich ja sogar W6 tödliche. Hau raus. Vier. Ja. Die nehme ich. Das war jetzt. Also das ist. Die ist optimal gelaufen. Die. Die Ziehphase. Bis auf die 2 Lebenspunkte. Die da noch hättest mehr ziehen können. Ich will dich noch anschreien. Ja. Hm. Die 1 darf ich wiederholen. Zum Glück. Ich lebe meinen letzten CP, 5 habe ich gerade so, jetzt bann. Kann ich nicht. 18 Zoll, er kann doch, oder nicht? Der hat ja schon gebannt, einmal. Der kann nur einmal bannen, der hat 4 Zauber. Ja, der bannen geht, kann jetzt nochmal gucken. Denai 3, ups, Entschuldigung. Gerne darfst du es versuchen. Du bist schon drüber. Weil ich irgendwie, gut, da ist er halt einfach, da ist er der Zauber-Chef. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Der ist dann tot gewesen. Und jetzt muss ich kurz brainstormen, wohin ich schießen will. Jawohl. Schussphase geht los, Thermaganten, volle Düse auf Woldoes. Auf die 4, auf die 4. Und dann hat er wahrscheinlich einen 2er-Safe am Ende. Ja, der ist ja in Deckung noch. Eigentlich hat er dann sogar einen 1er. Ja, aber der ist, wir sind ja immer verkackt. Sieht sogar bis jetzt ganz gut aus. Mhm. Ich höre Begeisterung bei dir. Mhm. Auf die 4. Und nochmal auf die 4. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück für dich. Hätte ich jetzt gern 2, 1. Natürlich keine. Keine. Ja, dann meine Halfguard knallt auch drauf. Ja. Treffen auf die 3. 6 Schuss, auf die 3, auf die 2. Das ist okay. Mhm. Drei Stück. Deckung ignorieren sie. Vierer. Minus 2 hattest du mit einem. Vierer Retter. Vierer Retter. Den einen reroll ich. Mhm. Nein. D3 Schaden. Ja. Nein. Ich hab keinen Fehler mehr. Ich hab keinen Fehler mehr. Du Scheiße, ey. Das ist doch scheiße. Ja, ich halte 3 Punkte. Ich kriege 3 Punkte dazu. Es steht 12-12. Letzte Runde. Mhm. Mhm. Ja, okay. Bewegen. Bewegungsphase ist vorbei. Voldoz ist nur ein Stückchen nach da hinten gegangen, hier so. Dass er noch die Typen sieht. Und keinen Abzug mehr kriegt. Ansonsten der ist stehen geblieben. Smite. Geht durch. Ich krieg keinen Schaden überhaupt mehr, ne? Nein, ist draus. Ein Schaden. Würfel werfen für deinen Leadership. Ich hab ne 11 diesmal nur. Ich hab ne 10. Okay. Einen Toder. Und dann haben wir noch Vortex of Doom. Doch, ich hab noch einen Command Point. Jawoll. Das geht durch. Letzte Command Point rausgerockt. Das sind D3. Für 3. Storm Bolter. Hat den Storm Bolter. Äb, 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 äb. Äb, äb, äb. Äb, äb, äb. Äb, äb, äb. Storm Bolter in Rapid Fire. Auf die 2. Eins und wiederholen. Auf die 4. Ne, die haben wieder schon 3. Die haben eine Tafnis 3, ja. Drei Stück mit Minus nichts. Drei Stück mit Minus nichts. Drei Stück mit Minus nichts. Ja. Äh. Äh. Dann hab ich noch den 6er. Umhalte keinen. Also alle 3 tot. Okay. Ja, dann beende ich meine Runde schon. Und kriegst nochmal 3 Punkte, ne? Und kriege nochmal 3 Punkte. Korrekt. Korrekt. Okay. 1, 2, 3. 15 zu 12. 15 zu 12. Jetzt kommen wir in deine letzte Bewegungsphase. Das könnte spannend werden. Wie viel Movement hat die Hive Guard? Die Hive Guard hat einen Movement von 5. 12. Dann würde ich die advanceen lassen. Ich werde die versuchen, hierhin zu advanceen. Und ihn dahin zu advanceen. Damit ich alle Punkte halte. Willst du, äh. Du musst mal messen, was näher ist. Vielleicht ist ja die Hive Guard näher dran. Also ich mein, du bist ja Kraken. Das ist ja scheißegal. Also. Da bist du safe dran, denk ich mal. Hier bräuchte ich eine 10. Hier bin ich näher dran. Und mit dem bräuchte ich... 11 sogar. Mit dem hast du wenig Movement hier, ne? Der hat auch nur 5 Movement. Die haben beide 5. Ach du. Ja gut. Dann, äh. Ja. Wie machst du das? Ja, ich versuche mit dem ersten zu advanceen. Und wenn es der nicht schafft, versuche der andere zu advanceen. Ja, dann hau aus. Wir fangen einfach mit ihm an. Ähm. Ja, mach einfach mal. Ja, das passt schon. Jetzt versucht die Hive Guard noch zu advanceen. Ja, aber das geht ja ziemlich safe bei denen, ne? Ja, ist auch dran. Geil! Aber die haben Heavy Cannons, ne? Und die dürfen jetzt halt nicht mehr schießen, ne? Hätten normaler Move nicht ausgereicht. Nein. Sicher? Ja. Die haben hier nur einen 5er Move. Und die waren mehr als 8 Zoll weg. Okay. Aber wir können hier noch ein Stück vorrücken. Weil wir haben ja gesagt, am Ende entscheiden die vernichteten Punkte. Genau. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen rumsmeiten und die töten, ne? Genau. Wie kommen wir es auf? Wir sind jetzt hier gerade so in 18, glaube ich. Ganz klar. Ich fange einfach mal mit ihm an. Dann müssen wir da nicht so genau gleich messen. Ja. Ähm. Genau. Ich versuche es mit dem Smile. Jo. Zehn. Bandi hier. Nein. W6, ne? Hau raus. Drei. Tot. Das war hart. Das sind viele Punkte. Hier reichen mir die 18 aber gerade so nicht mehr. Jo. Fertig. Oder sehe ich das falsch? Nee. Dann kriege ich drei Punkte und wir spielen mit 15,15 zu Ende. Ja. Ende der fünften Runde. Das Spiel ist zu Ende. Wir zählen jetzt mal Punkte, würde ich sagen. Ja. Ja, liebe Freunde. Nach der Auswertung der vernichteten Punkte steht es jetzt 22 zu 21 für die Tyraniden. Wie krass ist das denn? Geiles Spiel, Jens. Wir hatten richtig Spaß, würde ich sagen. Wir kommen zum kurzen Postgame und dann werten wir das nochmal so ein bisschen aus hier. Postgame, ein kleines. Lass es mal ein bisschen nach hinten hier, wir sind zu nah dran hier. Ich hätte auch einfach das Stativ weiter wegstehen können. Geht schon. Jens, was sagst du zu deiner ersten Tyranidenrunde jetzt so on-cam? Off-cam haben wir ja schon mal ein paar Spielchen gemacht. Ja. Ich bin mir sicher, die Zuschauer finden mit Sicherheit bei uns beiden den ein oder anderen Spiel und Regelfehler, oder? Naja, also die Proben-Sachen nicht. Also was die Grey Knights angeht, bin ich halt einfach ganz stiefmütterlich jetzt drangegangen. Ich habe mich jetzt auch noch nicht weiter mit denen beschäftigt und die Armee halt einfach sehr selten gespielt, aber darauf kommt es jetzt auch heute nicht an in Summe. Wir wollen jetzt einfach ganz rudimentär auf die elementaren Dinge einfach erstmal eingehen hier und da muss man ja sagen, ich hoffe es hat den Zuschauern genauso viel Spaß gemacht wie uns, weil das war mega, es ging nur hin und her. Am Ende der letzte Smilewurf mehr oder weniger war dann für die Punkte entscheidend. Ja definitiv. Über 200 Punkte hat sie mir eben gerade nochmal gesagt, die dann da gefallen sind. Ja, also vielleicht auch mehr noch. Also 200 Punkte, also diese vollen 100 Punkte zählen ja dann als Abschuss quasi oder als Siegpunkt. Und ich weiß, warum mir die Hive Guard jetzt noch besser gefällt. Sie stehen das ganze Spiel da hinten und schießen schön. Ist das schon hart was? Obwohl die, also ich weiß gar nicht, ob die jetzt so viel gemacht haben, aber... Die haben deine Terminatoren ausgelöscht. Bestimmt, ja. Die haben... Doch, ich glaube schon, dass die den einen haben. Ich habe es jetzt halt nicht so im Blick, weil es tatsächlich so war, dass ich die komplett ignoriert habe, wie du mit Sicherheit gemerkt hast. Nee, gar nicht. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass wir da so ein spannendes erstes Spiel hier hatten für diese Serie. Was auf jeden Fall. Weil das ist ja wirklich, ich meine, mit einem Punkt Unterschied. Besser geht es noch nicht, oder? Ich... Definitiv nicht. Ich würde jetzt allerdings, um das jetzt so ein bisschen zu entzerren, weil ich ja gesagt habe, Grey Knights sind meine, ich sag mal jetzt so die schlechteste Armee, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, du hast zum Teil richtig scheiße gewürfelt bei so einem gewissen... Also jetzt nicht overall, aber so in so Schlüsselmomenten. Also der Catalyst in Runde 1, der würde mir wahrscheinlich, oder hätte mir wahrscheinlich den einen oder anderen Genestealer noch gerettet, den ich dann nicht geschafft habe. Dann hast du den 20er Block ja schon in Runde 2 ausgelöscht. Ja, und das ist halt... Das ist massiv, dadurch konnte ich dann den Punkt mit denen nicht mehr halten. Vielleicht war es aber auch ein Fehler, oder wahrscheinlich war es ein Fehler mit dem einen noch den Charge zu versuchen, der hätte einfach da stehen sein sollen noch. Der Broodlord kriegt von seinen 6 Attacken 5 durch und du savest alle 5? Das war... Alle 4 oder alle 5? Ja, das war auch... Sonst wäre der Schluss sehr hart. Wäre der andere ja sehr früh gestorben, oder eine Runde früher mindestens gestorben. Definitiv. Also ich habe mit dem echt gut gesaved. Ich habe auch keine Eins gewürfelt bei dem. Ich habe ja zweimal, ich glaube 4, 5 Würfel und ich habe keine einzige Eins gewürfelt. Und das ist halt auch... Ja. Ja. Aber so den ein oder anderen Trick habe ich jetzt schon mal rausgefunden mit dem Waller Trade zum Beispiel. Das ist geil, ne? Finde ich auch ganz cool, dass ich selbst in deiner Runde zuerst angreifen darf. Das macht mega aus. Macht sehr, sehr viel aus, finde ich. Und ansonsten, ja, an der einen oder anderen Stelle hatten wir beide glaube ich Würfel Pech, wie du schon sagst. Ich habe es halt vielleicht in den entscheidenden... Am Ende. Bei dir kam es mir so ein bisschen wirklich in diesen Schlüsselmomenten so vor. Aber ich meine mit dem Würfeln, das ist halt auch, wie ich schon so oft gesagt habe, das ist immer so Schall und Rauch irgendwie, diese Diskussion über Würfelwürfe. Aber manchmal, hier war es so an gewissen Situationen einfach, fand ich so ein bisschen erwähnenswert jetzt mal. Die Thermaganten habe ich immer noch nicht so richtig überzogen. Stell dir die halt einfach mal vor, die haben wir tatsächlich so noch nie getestet. Die kommen in einem 20er-Plopp um das Vieh raus, schießen auf eine Infanterieeinheit, vielleicht auch auf eine Terminatoren-Einheit. Und schießen nochmal. Und schießen nochmal. Und schießen nochmal. Ja. Weil es ist halt, Devourer, die haben Stärke 4. Das ist jetzt nicht so schlecht. Also, ja, aber ich kann nicht verstehen. Ja. Aber wenn jedes Spiel bei 40K so läuft, dann habe ich da noch eine Menge Spaß. Wir hatten auf jeden Fall einen lustigen Abend. Ja. Ich muss jetzt dazu sagen, glaube ich, jetzt mal um die Würfel, also die Würfel mal außer Acht gelassen. Bei den Grey Knights, die haben sich in diesen 1000-Punkte-Spiele ganz gut gemacht jetzt. Ähm, ja, ich denke aber, dass je höher wir jetzt mit den Punkten mit diesen beiden Armeen gehen würden, desto schlimmer wäre es jetzt für mich mit den Grey Knights, wenn ich in dieser müsste... Du meinst, das Power-Level würde dann sich leicht verschieben? Ja, du hast einfach, ich sag mal so, die Brandherde sind halt einfach enorm, die dann bei dir dazukommen. Wenn dann noch ein 20er-Plop-Cheatstealer dazukommt, dann, also, weißt du, so dieser, der Exponent der schlimmen Einheiten, die dazukommen, ist bei dir einfach so ein bisschen krasser. Und ich denke, das würde dann je höher wir gehen jetzt von den Punkten, umso schlimmer es geht. Ansonsten bin ich jetzt sehr gespannt, was die Zuschauer zu dem ersten Spiel sagen. Ja, ich hoffe positiv. Ob die so viel Spaß hatten wie wir. Wird schwer, muss man ja dazu sagen, wir hatten eine Menge. Dafür, dass es unter der Woche ist, kurz nach 11 und ich morgen sehr früh aufstehen muss. Ich zum Glück ein bisschen länger schlafen kann. So ist das halt, ne? Ja. War das echt, das hat sich wirklich gelohnt, das freut mich auch wirklich, dass das erste Spiel so spannend war und ich hoffe, das wird mit dem Flo natürlich ähnlich. Ja. Hat mir auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Mir auch. Diese 40k-Runde und ich hoffe, da folgen jetzt noch viele. Aber du hast ja eine Verpflichtung eingegangen, den Zuschauern gegenüber dich dieser Serie hier anzuschließen. Bitte erhöhe den mentalen Druck hier noch. Aber das ist ein Selbstläufer. Auf der anderen Seite gehen die Zuschauer natürlich die Verpflichtung ein, mir gerne noch Hinweise zum Optimieren zu geben. Ja. Immer raus damit. Konstruktive Kritik ist natürlich gern gesehen. Ja. In den Kommentaren. Allerdings muss man auf der anderen Seite auch sagen, dass du als erfolgreicher Turnierspieler im AOS dann natürlich schon so die gewissen guten, fiesen Grundzüge mitbringst, die man braucht und hier auch. Man beschäftigt sich ja schon mit dem Spiel, liest sich ein bisschen ein. Ich würde jetzt nicht erfolgreich Turnierspieler sagen. Nö. Wir haben T3 im Top 10. Kann man schon mal sagen. Ich bin glaube ich jetzt auf 11 abgerutscht, weil ich ja seit einem halben Jahr auf keinem Turnier mehr war. Aber wir fahren zusammen auf ein Turnier. Jens und Jens. Und Jens hat mich gefragt, ob ich mit ihm spielen möchte. Ja. Eine große Ehre übrigens für mich. Ich darf mit ihm zusammen Dinos spielen. Ich spiele ja auch gerne Dinos. Ich mag die Dinos. Spielen wir 2 gegen 2, jeder 1000 Punkte und dann überlegen wir uns mal, was wir mit den Seraphonen zusammen aufstellen. Wo ist das Turnier nochmal? In Oldenburg. Da habe ich mich ausgekauft. Also in Oldenburg. Wie heißt das Turnier? Muss ich nicht. Aus dem Kopf. Oldenburg. Turnier. Wann? Ende des Jahres? November. Kommt vorbei. Könnt ihr uns. Wahrscheinlich. Erstmal komm zu unserem Turnier. Hier ja. Ja. Aber ich habe ihn dabei. Uns schlägt da eh so schnell keiner. Also das letzte Mal habe ich es gewonnen, ne? Ich stelle eben meinen Teil meiner Einheiten darin und sage, mach das. Dann würfe ich ab den Tummern würfeln. Nein, ich möchte davon aktiv teilen. Aber ja, du hast einen richtigen Hinweis gegeben. Wir haben auch bald ein Turnier. Das ist aber schon voll. April glaube ich. Ja. Allerdings, liebe Freunde, das ist trotzdem ein sehr guter Hinweis von dir. Wir werden in Zukunft auch ein 40k Turnier machen. Und ich weiß gar nicht, ob wir zum jetzigen Zeitpunkt, wenn der Battle Report online geht, da schon einen Termin draußen haben. Aber es wird so Mai sein. Es wird wahrscheinlich für mich ein bisschen früh sein, um damit einzusteigen. Du spielst mit. Du spielst mit. Du kriegst, wenn du nicht fertig bist mit deiner Liste, kriegst du meine Tyranin noch dazu. Ja. Ich wusste, dass das kommt. Der spielt mit. Auf jeden Fall. Beim Mini-Paradise-Turnier musst du nicht mitspielen. Also definitiv. Als Maskottchen hier meinst du oder was? Ne, Maskottchen ist Nils. Du bist einfach das neue Flaggschiff. Das führst du. Ja. Das schauen wir uns mal an. Ich glaube, wir können uns nur noch abschieben, oder? Das machen wir. Und wir sehen uns voll auf Vorfreude beim nächsten Battle Report, nächsten Video, was auch immer wieder. Genau. Wir versuchen da einen regelmäßigen Turnus reinzukriegen, haben wir schon gesagt. Also müssen wir mal gucken. Das werden wir machen. So wie heute. Wir machen es einfach. Es sollte halt nicht einmal im halben Jahr sein. Ne, ne, ne. Das machen wir schon alle paar Wochen. Setzen wir das jetzt mal fest an. Weil wir halt auch einfach mal zum Spielen kommen. Und es freut mich, dass du so die verschiedenen Armeen jetzt mal kennenlernst. Da kommen noch schöne Sachen auf dich zu. Da kommen ja auch ein paar blöde Sachen auf dich zu am Ende. Vielleicht habe ich die ein oder andere blöde Sachen beim nächsten Mal auch noch dabei. Ja. Also ich kann dir ja jetzt auch schon sagen, das kann ich im Flo dann natürlich auch nochmal sagen, du kannst auf meinen Pool Tyranniden natürlich auch immer zugreifen, wenn du da nochmal was brauchst. Also das ist ja jetzt variabel. Dieses fixe Tyranniden-Ding ist klar. Aber ich habe zum Beispiel auch noch so ein paar Hivegarn zu Hause stehen. So sechs Stück oder neun Stück. Wie gesagt, ich habe ja so die ein oder andere Sache noch im Hinterkopf, welche ich der Einheit nicht gerne spielen würde. Da kommt dieses Turnierding jetzt. Ja, komm. Aber ich freue mich drauf. Liebe Freunde, wir sind am Ende. Bis zum nächsten Mal. Schaltet auch dann wieder ein. Wenn es heißt. Wenn es heißt. Wie nennen wir es denn jetzt? Jens lernt Tyranniden? Jens lernt 4DK? Jens lernt 4DK? Macht uns doch einfach einen Namensvorschlag. Jens hört mal 4DK richtig rein. Macht doch einfach mal einen Vorschlag in den Kommentaren, wie wir die Serie nennen können. Wir haben den Battle Report auch so lange geguckt. Das sind immer die Voraussetzungen. Ja, das stimmt. Da hinten geht immer die Luft raus. Und wer das dumme Gelaber jetzt abgeschaltet hat, den kann ich auch verstehen. In diesem Sinne, schönen Abend. Macht's gut.